Mein Ball ist da, weil da geht es jetzt nämlich mit der Nixe weiter. So Nixe, erst bist du auf deinem Platz. Die kann nämlich mit dem Ball spielen. So Nixe, auch gepasst. Super. Und nochmal. Und nochmal. Danke schön. Und kein anderer da, Nixe. Dann einmal für dich selber ein Applaus. So, dann dürfen sich die Tiere im Wasser noch ein bisschen bewegen. Zurzeit verfüttern wir hier ungefähr 40 Kilogramm Seewasserfisch, Ehring und Makrele. Südwasserfische und unsere Tiere auch in Dauer. Nämlich nicht vertragen. So, dann kommen die Mädels einmal nach vorne raus. Und alle noch Rollen. Dankeschön. Super. So, und zu guter Letzt noch einen Sprung von der Iva. Ja, Iva, der war aber nicht noch ein richtig. Super. So, dann wollen sich die Tiere natürlich auch nochmal persönlich von Ihnen verabschieden. Dazu muss der Pedro noch einmal aus dem Wasser rum. Der Pedro hat mich gelernt, auf Kommandos zu brüllen. Und das darf er jetzt einmal gar nicht laut sagen. So, ich kann dir das mal spielen. Ich kann das auch kaufen. Super. Ich übersetze Ihnen das mal ganz schnell. Wir hoffen natürlich, dass es Ihnen trotzdem gefallen hat. Wir wünschen noch ganz viel Spaß bei uns im Beruf. Auf Wiedersehen. Wenn Sie jetzt natürlich noch irgendwelche Fragen haben wollten, stehe ich Ihnen noch gerne zur Verfügung. Vielen Dank.